Roland Pichl, ich habe jetzt hier eine Geparte Mahnung zu überweisen, wobei auch noch dann Bußgeld, Gebühren, Auslage, die kostet am Schluss 58 Euro für den Blödsinn, der überhaupt nichts dargestellt hat, nicht gefährlich, nichts ist. Und hier habe ich jetzt ein neues Problem, hier muss ich bei der Sparkasse, ich habe alles eingegeben, hier Bräuer, so, da haben sie mir jetzt so ein Scheißding neigegeben, jetzt habe ich die Batterien gewechselt und dann zeigt der immer Batterien, jetzt zeigt der gar nichts mehr an. Super. Das ist verrückt, die sind auch der Blöde, dann wenn die Licht draußen scheint und man hält so hin, dann geht es auch nicht, da muss man dann vorher mit der Hand oben abdecken, also was die da für einen Scheiß gebaut haben hier, jetzt kann ich hier nicht überweisen, gibt es wieder Ärger, kommt hier der Gerichtshoerzieher oder sonst jemand, weil ich diese jetzt schlafe jetzt nicht, wir wissen Ich habe ein bisschen IT-Press. Ich habe ein bisschen IT-Press.